ich grüße euch schön dass ihr heute wieder dabei sein und zwar stellt sich ja immer wieder die frage wie man schwere lasten tragen kann also nicht nur wenn man jetzt im kranauto ist und eine ganz große betonplatte anheben möchte sondern es gibt auch schon kleinere gewichte die mithilfe von einem flaschenzug angehoben werden können und das will ich euch heute erklären wie funktioniert ein flaschenzug folgendes wir haben hier ein zwei kilo gewicht während ich das noch mal schön geputzt hat für euch ist mir aufgefallen dass hier oben ein siegel drauf ist also das siegel hat einen stempel und damit wird garantiert dass das gewicht auch wirklich zwei kilo schwer ist und nicht bloß 1950 gramm prima jetzt möchte ich euch erst mal das einfachste vorstellen und zwar ist das die umlenkrolle ich habe hier oben eine umlenkrolle und mit der umlenkrolle wie der namen schon sagt lenke ich etwas um und zwar lenke ich die richtung um ich lenke die richtung der kraft um also ich habe jetzt hier zwei kilo und ich muss für zwei kilo nach unten ziehen also ich richte nur die richtung der kraft um es geht nach oben wesentlich meine hand nach unten ziehen das heißt ich habe noch gar nichts gekonnt aber ich will ja kraft sparen deshalb brauche ich nicht nur eine umlenkrolle die die richtung umlenkt sondern ich brauche eine lose rolle und eine lose rolle heißt alles das was sich mit bewegt also diese lose rolle ist die bewegliche rolle die mit hoch und runter geht jetzt knut ich das hier oben fest hat mein festen punkt hier lenke ich das um und hier dran habe ich jetzt meine lose rolle also ich habe hier meine lose rolle und hier meine umlenkrolle und jetzt habe ich nur noch eine ein kilo zu heben aber ihr seht schon bin ich ziemlich interessant wir können das mal nach messen wir können das so machen ich halte das hier fest jetzt ist das gewicht ganz unten und ich ziehe das seil von unten ganz hoch bis dahin also die komplette strecke aber das gewicht ist nur von hier nach hier angehoben also ich habe die doppelte strecke mit meiner hand gezogen im vergleich das gewicht nach oben gegangen ist das heißt ich habe doppelten weg aber dafür muss ich hier nur für ein kilo kraft aufbringen das ist schon mal eine ganz gute sache ich lenke hier um das ist meine umlenk rolle meine bewegliche rolle weil noch ganz kurz erklärt es gibt sogenannte tragende seilstücke tragende seilstücke sind alle seilstücke die man hier sieht außer es gibt also eine ausnahme das ist nämlich die hinter der umlenk rolle also 123 aber die ist nach der umlenk rolle also nur zwei so jetzt habe ich zwei kilo durch meine zwei tragenden seilstücke und das macht dann ein kilo kraft das ist der flaschenzug damit kann ich schwere lasten tragen und wisst ihr was der clue ist die erfindung ist gar nicht so neu sondern im galater brief gibt es nämlich eine stelle und zwar heißt es helft einander eure lasten zu tragen also wenn mehrere leute eine last tragen also hier sind natürlich tragende seil enden seilstücken dann wird die last leichter helft einander eure lasten zu tragen auf diese weise werdet ihr das gesetz erfüllen das christus uns gegeben hat jesus christus hat uns gesagt wir sollen einander die lasten tragen also wir sollen einander helfen wenn jemand eine schwere zeit gerade hat weil an der schule nicht klar kommt irgendwie blödes homeschooling oder vielleicht auch die erwachsenen irgendwelche probleme haben dann können wir einander helfen und die lasten tragen und das ist unsere aufgabe und da können wir mal überlegen wo ist denn unsere aufgabe wo sieht denn wo hatte niemand anders eine last die ich mit anpacken kann